Hallöchen in die abgedrehten Menschen da draußen und willkommen zurück zu True, I saved the universe, da das ja letztes Jahr irgendwie rumgesponnen hat, da hinten an der Ecke, äh, hab ich jetzt mal eben den Kampf beendet, und, hä? Ja, ich wollte eigentlich gerade das Powerbaby einsammeln. So, weiter geht's. Savanna, Savanna ist die stolze Besitzerin von Schimli Antiquaris. Brauchst du einen elektronischen, summenden Sport-BH? Sie hat ihn und sauviele Schwabs. Okay, äh, ja, wir müssen irgendwie da hochkommen. Probier mal hier. Ja. Probierens mal, ich glaub nicht, dass das reicht. Okay. Nee. Mhhh. Warte mal, ich glaub ich hab's. Ich hab's, glaub ich, wartet mal. Oh. Wow, man, ich muss euch sagen, diese neue Abilität, um die Scheiße herumzuhalten, ist wirklich sehr hilfreich. Und ich bin, ich bin, ich bin sehr beeindruckt mit dir, mit deinem Puzzle-Stuff. Weil ich bin glücklich, dass ich nicht mit dieser Scheiße dealen muss. Ich will keine scheiße Puzzle dealen. Ich bin glücklich, dass du es machst. Boah, Truver, halt die Fresse. Du nervst grad tierisch ab. Hä? Was ist denn das? Also, die Kameraansicht ist grad echt meh, echt weird, ne? So. Wir probieren's mal da. Nee, da komm ich. Ey, warte mal. Ich war doch grad da drin. Komm, lass mich glitschen. Ja, aber das wird auch nicht reichen. Oder? Hä? Willst du mich rollen im Spiel? Ja, komm. Bist du, zu schwer oder was? Ach, ich weiß, wie ich das machen muss. Okay. Ist echt nicht leicht, die Steuerung hier. So. Nehmen wir den hier unten. Packen den hier oben rein. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Echt jetzt? Ist ja nicht normal hier. Gedrehtes Gelaber und beschissen Rätsel. So. Come on. Bam. Wir sind oben. Ich muss euch Kredit geben, dass wir hier oben aufkommen sind. Ich glaube, wir werden ein ziemlich decentes Team machen. Weißt du? Ja. Ist ja noch oben. Okay, da müssen wir hin. Okay. Oh Gott, wen haben wir denn da? Ja. Hey, was geht's? Ich bin Upgrade-Tina. Ich habe eine kleine Garage-Sale gerade jetzt. Ich versuche zu cleanen meine Hütte. Ich versuche zu sparen. Du bist interessiert in etwas zu kaufen? Ja. Was hast du? Uh, ich habe eine überflößende Urn. Füllt mit großen Gemmels. Um, ich habe eine bagge von Sad Chips. Weil, wenn die Chips sind, dann wahrscheinlich zu essen Sad Chips. Oh. Ich habe auch ein Power Baby Upgrade. Huh? How much for the Power Baby Upgrade? Interested in the Power Baby, huh? I like the cut of your jib. Tell me, tell you what, sir. I'll make you a deal. My pet mushroom character is over there in the middle of all those mushroom monsters. If you go rescue him, I will give you this roll upgrade. But how do we know which one is your pet? I mean, they all look the same. Hey, don't give me that. Don't, don't you give me that nonsense. You know the difference between a pet and a monster. Come on. Uh, what? 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 Ach, tch. You killed my pet Scrappy, you fuck. What the hell is the matter with you? You? I'm sorry. I didn't know that, I didn't know that was your pet. They, they all look the same. Oh, oh yeah, 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 bullshit. Everyone knows the difference between a pet and a monster. Just take the Power Baby Upgrade. You're lucky I need room for Scrappy babies. That's right. You just made a dozen babies into orphans. I hope you're fucking happy. Yeah, bin ich auch. I hope you'd choke on that thing, bitch. Oh man, another upgrade for me. Another step up the old ladder. This never gets old. I gotta tell you these little Power Baby Upgrades. It's, it's, it's a little bonus Jonas for me. Oh man, I can feel it, of course you feel my pain. Oh, oh, I feel it. Oh, oh, I feel so good. Oh, 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 oh. I'll press the fucking button. Then you can roll your ass out of my life forever. Oh, oh, oh. Oh there's a little bit of fun. Damn, I wanted that urn. Whoa, hahahaha. Holy shit, partner. I think we're in some sort of secret back door entrance to the Gloricon clones. Oh, well look who it is. It's little, little Dupin Zoop over there. The purple guy in the Cherorpion. oh yeah i see him so dumb they think they are gonna come inside the floor in the back way that's not gonna happen on our watch yeah not on my watch oh look who it is partner it's those same two guards from before looks like they moved around to the back that's them for sure those jerks well i'm sure this isn't gonna be completely annoying with them watching us yeah look at them trying to come in here through the back door they're not gonna get into the back door yeah no way they're not gonna get into the back door actually oh tschuldigung oh da kam wieder so plötzlich tschuldigung tschuldigung stirb jonge they're a bunch of dumb idiots look at them 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 suck your dick's hips younger look at them hey shut up you guys are idiots alright partner it's the same two dummies from the from the front of this big fort it's gonna be real fun doing this with them up there heckling us yeah we're gonna heckle you all you're playing a stupid dummy you're not gonna get into this fort you know there's no way the walls are way too low and we're way up here you know and we're gonna kill you both alright okay whatever we're gonna rip you apart did you get that message that glorcon sent all the clones no what 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 you said that we gotta kill that little that little purple guy that little purple guy in the chair orpeon oh man we gotta kill him huh yeah you yes yeah we gotta kill those guys huh alright well you better buckle in because have you ever killed anybody before no i haven't really yeah i mean it's it it stays with you just love it you know i know we gotta do it we gotta do it for glorcon he's got big plans but like you know it's gonna stay with you it's gonna haunt you you know when you kill somebody that's it it stays with you just gonna stick around with you for a long time oh man i don't know if i can handle that yeah you have nightmares you wake up in the middle of the night screaming you see their face you see their eyes for the rest of your life you know you'll never forget that feeling when their life leaves their body and their eyes just go cold empty there's nothing left in there it's just a husk there's no life left in in that body you know it's rough man we're gonna have to do that that's a tough call hey man that's what we're here for we're gonna work on clones oh there's no power baby big rigger tony dieses power baby gründete den Moparini Grill bekannt für seine Mockbällchen und seine verdammt entlossen vergiss es ich bin berühmt oh god Jungs hier nervt so warte mal wo warst du Wait a second, who, who have you killed h dad what you really knew what it's like to kill somebody yeah wat do you think they're moving those blocks for it i don't know and i don't care Ja, du hast es gesagt. Insofern, was waren wir denn? Ich habe diesen einen kleinen Charakter aus diesem einen körperlichen Ort, in dem wir waren. Und ich werde nie vergessen, den Blick in seinen Augen. Ja, was were wir sind? Was vers рано, das Lloyd ist hier? Wich Liverpool geht in die Nähe? Ich glaube nicht, was wir auf den Ort dauern? Wir werden in der Fort, nichts können Sie uns verhauen! Du musst dich in diese Nähe? Oh, du bist du mit einem Prennungs- Mann, die Leute sind armen. Was war wirklich? Was kommen wir doch auf den Ort? Ich glaube nicht. Wir werden in die Forte kommen, es gibt nichts zu tun, Sie sind beide ein paar Dippshits. Ja, Sie sind Dippshits. Jetzt wollen Sie weg von uns, Sie sind zu nahe zu uns. Ich mag nicht, wie nahe wir sind. Ich mag nicht, wie nahe wir sind. Sie schmecken, Sie schmecken gut. Sie werden uns rechnet uns, wenn wir zu Ihnen kommen. All right, Partner, schau mal ein Weg zu kommen. Es sollte nicht zu schwer sein sein. Es sollte nicht zu schwer sein sein. Oh, oh. Ich versuche euch zu sagen, ich werde nie vergessen, dass ich den Blick in seinen Augen, als mein kleiner Kugel, als mein kleiner Kugel, als mein kleiner Kugel, hat seinen Kugel öffert, und seine Kugel, hat sich überall gesprungen, und er schreit, und seine kleurige kleine Kugel hat alles, das Leben aus dem, und seine große, schöne kleine Augen. Ich versuche das mal. Ja, THEN Alter, hör auf zu labern, du nervst. Hör auf zu labern, Yugo, ich denke, mächtiger hat es. Achso, wartet mal... Alter, hör auf zu labern, du nervst. Hör auf zu labern, Judo, Judo! Look at him, swingin' it around. What's he gonna do with this? What's he gonna do with that little hinge headstone? I'm shakin' in my little panties and bra. Hey, I'm shakin' in my panties and bra. No, you're not. I am. You're not even wearing your panties and bra. You aren't either. Yeah, I am. It's the same color. It's the exact same color as my skin. And I wore it really tight for a lot of years, so it's sorta... Oh, look who's stackin' again. More things on things. What in the heavenly heck is goin' on here? Because that is a racist action right there. That's a racist thing to do. Why are you stacking all that shit? You don't stack things on blocks? You don't stack blocks on stuff? Get out of here. Go away. Why are you stacking things? You're getting too... You're stacking things too high. Why are they stacking things so high? It's not... It's making me uncomfortable. Yeah, the stack is getting too close to us. It's making me very uncomfortable because it's racist. Yeah, that stack is racist. It's too comfortable. It's making me very comfortable that that stack is getting so close to us because that's a racist thing. And I don't want to be that close to something that's so racist. Anyway, where was I? Screamed. Oh my god, we got up here. They got up here. Oh my god, the gates are gonna open now because we're dying. That doesn't make any fucking sense. Oh my god, that doesn't make any fucking sense. Now that's what I'm talking about. Green Power Baby. Okay. Mmm. Fancy Nancy. Dieses Power Baby hat eine Gruppe Schrottis hinten in einen Phil... Phil and Go Restaurant High gemacht. Das hättest du sehen sollen. Tammy übergab sich. Derek fing an zu heulen und Debbie hat Billys Polo hinter einem Container gefingert. What the fuck? What, 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 what? No, no. No way. Okay, keine Chance spielen. Polo. Das ist gar nicht mehr. Ja, dieser kleinen Hurensohn. Manfish 420. Dieses Powerade verbrachte sein halbes Leben damit, sich durch seinen Avatar auszuleben. Ein 2,50 Meter großer Elfenschwe... Elfenschwe... Dessen Manneschwene hängen wie ein gut genutzter Schwelen. Schwelen. Schwelen? What the matter? Okay. Okay, da ist noch ein Power Baby wieder. Was tun wir noch? Da ist die Folge auch vorbei. Fuckin' Green Power Babies hiding in the fuckin' Butschen! Yo! Stretch Mark. Dieses Power Baby wurde im Analkanal eines Anwalts ins böse Jungsgefängnis geschmuggelt und dort an dem berüchtigten Drogenwurst wie Wirt Speckröchen zu übergeben. Alright, that's it. That's all the Power Babies. Jesus Christ, they're using that Koldrin Receptacle on Power Babies! Hey, who let you in here? Get the fuck out of here, this is our secret fortress. And this is our gutsucking little cauldron. Fuck you! That's our cauldron! Get them! You can't fucking get me! Fuck get them! Fuck these guys! Kill them! Yeah, kill them! Wir sehen uns in der nächsten Folge True by Safety Universe. Bis dahin. Habt einen angenehmen Tag. Macht's gut. Tschüss!